Es ist Zeit für ein Update für die Anbindung von Event Gallery an Google Fotos. Es hat sich eine Menge getan und hier ist die 2023 Version. Es sind fünf Schritte notwendig. Wir müssen die Google Applikation erstellen, wir müssen die Google Fotos Library aktivieren, wir müssen uns um den Consent Screen kümmern, wir müssen OAuth Credentials erstellen und wir müssen Event Gallery mit diesen befüllen. Wir starten auf der Google Cloud Konsole. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung des Videos. Hier erstellen wir ein neues Projekt, geben diesem einen Namen und klicken den Create Button. Das dauert eine Weile und dann können wir unser Projekt öffnen. Nun müssen wir unserer Applikation die Google Fotos Library hinzufügen. Dazu suchen wir nach Fotos, drücken Enter, die Fotos Library ist da. Wir klicken diese an und schalten diese an. Nun müssen wir uns um den Consent Screen kümmern. Dieser ist notwendig, weil wir später Nutzer fragen werden, dass sie uns Zugriff auf ihren Google Account geben. Als Typ für den Consent Screen nutzen wir External und fügen jetzt die Daten unserer Applikation hinzu. Das ist der Name, das ist die Support E-Mail, das ist eine Domain, die ist nicht ganz so wichtig. Was aber wichtig ist, ist von welcher Domain aus wir diesen Consent Screen nutzen können. Dort fügen wir unsere Domain ein. Wichtig, www und nicht www sind zwei verschiedene Domains. Bitte beide hinzufügen, wenn diese in Benutzung sind. Dann fügen wir noch unsere E-Mail Adresse hinzu und gehen auf die nächste Seite. Die nächsten beiden Seiten benötigen keine spezielle Konfiguration. Wir brauchen keine zusätzlichen Scopes und wir brauchen auch keine zusätzlichen Nutzer. Zum Schluss sehen wir noch einmal die Übersicht, wie wir unseren Consent Screen konfiguriert haben. Das ist okay und wir gehen zum Dashboard zurück. Der nächste Schritt ist sehr wichtig. Wir müssen unsere Applikation veröffentlichen. Tun wir das nicht, sind die Credentials, die wir in Event Gallery hinterlegen, nur sieben Tage lang gültig. Danach müssen wir sie erneuern. Wir müssen unsere Applikation aber nicht an Google zur Verifizierung einreichen. Das hat den Nachteil, dass wir nur 100 User in unserer Applikation haben können, aber das reicht für die Nutzung mit Event Gallery locker aus. Jetzt brauchen wir Zugriffsdaten. Wir erstellen neue Credentials, O-of-Client-ID als Typ, Application-Type ist Web-Application und ganz wichtig, wir müssen die Domains hinzufügen, von denen aus wir mit diesen Credentials arbeiten wollen. HTTPS und HTTPS sind wieder zwei verschiedene Sachen, wenn nötig bitte hinzufügen. Nun bekommen wir die Client-ID und das Client-Secret zu sehen. Wir kopieren uns das oder laden uns das JSON-File runter, um es für später zu speichern. Nun können wir diese Daten in Joomla und in die Event Gallery pflegen. Wir loggen uns ins Backend ein, gehen zur Event Gallery, dort öffnen wir das neue Dashboard, klicken auf die Accounts für Google Fotos und kreieren dort einen neuen Account. Für den neuen Account brauchen wir einen Namen, den wir eingeben können. Client-ID und Secret haben wir uns gerade gemerkt und fügen das auch ein. Danach klicken wir in den Speichern-Button. Wir benötigen noch einen Refresh-Token. Der Button ist jetzt da, wir klicken ihn, ein Pop-up öffnet sich. Die rote URL kopieren wir und wechseln damit in die Google Cloud-Konsole. Dort editieren wir die Credentials, die wir eben erstellt haben. Uns fehlt noch die Authorized Redirect URL. Wir fügen das, was wir in der Zwischenablage haben, hier ein, klicken auf Speichern. Jetzt können wir wieder zurück nach Joomla und zur Event Gallery wechseln. Wir holen uns das Pop-up zurück und klicken auf den Select Your Google Account Button. Nun können wir den Google Account auswählen. Wir werden gleich einen Sicherheitshinweis sehen, der kommt, weil die Applikation nicht verifiziert ist. Das ist nicht schlimm. Wir klicken einfach auf Advanced und weiter auf die Seite. Nun wählen wir die beiden Scopes aus und klicken auf Weiter. Unser Refresh-Token wird jetzt automatisch ausgefüllt und wir speichern den Google Photos Account. Diese Seite können wir nun schließen. Wir sehen in der Liste unseren neuen Account und auch, dass dieser gültig ist. Wir gehen zurück auf die Übersichtsseite und erstellen ein neues Event. Als Image Source wählen wir Google Photos aus und sehen dann den Album Selector Button. Wir klicken diesen und wählen das Album aus, was wir für dieses Event benutzen wollen. Speichern das Ganze, haben vergessen, dass wir den Titel festlegen müssen und machen das jetzt auch noch. Natürlich ist das Album auch nicht gepublished. Das ändern wir jetzt auch noch und können dann ins Frontend wechseln. Dort ist schon ein Menü-Item vorbereitet vom Typ Events-List. Wir reloaden die Seite und sehen, dass wir das Google Photos Album sehen. Wir können es öffnen, wir können die Lightbox öffnen und haben damit Google Photos erfolgreich an Event Gallery angebunden.